Ja Alex, schön, dass ich mit dir hier sein darf, quasi in den heiligen Werkstätten im SMAC in Chemnitz. Was hast du denn für Aufgaben bzw. was macht denn die Aufgaben so speziell in so einem Museum wie diesem hier? Als Ausstellungstechniker zählt natürlich zu den wesentlichen Aufgaben die Pflege und Instandhaltung der Dauerausstellung, Medientechnik, Klimatisierung, das Ausrichten von Veranstaltungen und natürlich auch Aufbau und das Händeln der Sonderausstellungen. Jetzt hatte ich mitbekommen, dass du auch Technikführungen anbietest. Wie ist es denn für mich als Besucher hier im SMAC? Also muss ich da irgendwas beachten? Gibt es da besonderen Ablauf? Die Technikführungen sind nicht regelmäßig, die kann man allerdings bei uns buchen über das Reservierungssystem bzw. über Anfahre von unserem Besucherservice kann man dann Termine vereinbaren und mich dann für Technikführung buchen. Und wenn du jetzt mal wegkommst in deiner Freizeit quasi von Arbeitsplatte und Lötkolben, wo bist du denn gerne in Chemnitz? Ja generell fühle ich mich in Chemnitz in der Musiklandschaft wohl. Das heißt es gibt einige Clubs wie zum Beispiel Atomino oder AJZ, die gute Livemusik anbieten und da zieht es mich doch schon das eine oder andere mal hin. Super wunderbar. Das war's, die Zeitung. Das war's. Das war's. Die Zeitung. Die Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020